Ja moin. Ja moin, bin ich wieder? In der Tat, P. Ich kann sogar klicken. Du musst jetzt die Explosion machen. Kannst du mich schön vorlesen, H. Versuckte tiefen! Ungewöhnliche Trümmer treiben auf den Wellen. Verschimmelte Holzplanken, Stofffetzen, Stücke abgeplatzten Putzes. Alles gezeichnet vom grauen Schleier der Zeit. Erfüllt von kindischen Höhe, diskutiert die Mannschaft über die Möglichkeit, der Sache unter Wasser auf dem Grund zu gehen. Ihr könnt den Bach da hinschicken. Wir haben gar nichts dabei. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, da schickt ihr mal rein. Die Teufelkette sieht gut aus und fühlt sich stabil an. Zwei Männer klettern hinein und die Glocke taucht in die Tiefe hinab, während eine Gruppe Seelöte Luft hinein tun. Ich baue auch ständig Behelfstaucherglocken, das ist ja voll easy. Die Glocke sinkt bis zu einer ruralen, bewachsenen Fläche hinab. Unter den bunten Formen entdecken die Seelöte eine Silbermünze, eine Silbermünze, mehr sicher, zu ihrer linken und ein großes, vollkommen rundes Loch zu ihrer rechten. Nee. Glaube. Kann ich jetzt? Ja. Ich hätte das andere genommen. Kann nicht. Anstatt an den Seilen die Glocke entlang zu gleiten, neigt sich die Glocke und Wasser dringend ein. Die Männer rufen um Hilfe und die Mannschaft versucht sofort, die Glocke gegen den Widerstand der Felsen nach oben zu ziehen. Doch jede Hilfe ist vergeblich als das abgetrennte Seil durch ihre Hände glättet. Sie können nur noch um ihre Kamera... Ja. Macht nichts. Es könnte reichen. Wir haben Champagner. Aber gut, dass wir Champagner mitgenommen haben. Hier stand gespeichert. Guck mal, wir haben das immer noch hier in der Liste. Die ganze Quest ist Buggy. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr das nochmal fragt, kannst du es ja mal erfüllen. Kannst du ja mal das Mehl abgeben. Nee. Das ist nicht das Mehlboot. Nein, hallo. Ja, moin. So, das ist das Mehlboot. Gut. Tja, das scheint ihn sehr zu interessieren. Alter, unsere ganze Stadt steht immer noch unten. Mobilisiert wird man nochmal. Bis in der Medizin, man rechts. Da war ja doch rechts. Keine, ja. Unglückliche Bevölkerung. Ja, und zureichend nicht unglücklich. Ja, unglücklich, möglich. Sehr immer. Weil ich habe bei der Droge. Wir brauchen erstmal was von den anderen Zollern. Wir haben von den anderen noch zu wenig. Oh. Ja, genau so wollte ich das aber auch machen. Jetzt kannst du davon wieder aufsteigen lassen. Jetzt nicht mehr, weil wir kein Glas mehr haben. Aber das Glas müsste gleich da sein. Die Schiffe haben wir da hingeschickt, Sarok. Wir sind jetzt weg von den normalen Bürgern. Jetzt haben wir die Schnösel wieder hier in der Stadt. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall noch ganz so viele andere Sachen da gleich hinbekommen. Aber erstmal kannst du jetzt nochmal gucken links. Die Schiffe sind da. Nicht allzu viele Änderungen. Oh, pünktlich auf. Keine geborgenen Bononen mehr. Indoro im Brascoso. Da muss ich auch nochmal drauf kommen. Guck mal demnächst. Aber nicht jetzt. Äh, so. Mann, hier, die Schiffe alle entladen. Sind ja immer noch nicht da. Wo sind denn die ganzen Schiffe? Die hab ich extra da hingeschickt. Was mich raten. Nee, da wären sie auf gar keinen Fall, Herr Rock. Da ist der Holzboy. Guck da mal auf halbem Weg da. Wo ist denn der halbe Weg? Ja, da wo ein Schiff mitten im Wasser steht. Was ist denn da? Oder auf vier. Ich drück mal auf Plus. Wo ist denn die Sanron Plus Plus? Die ist, glaube ich, auf Expedition. Ah, okay. Oder so. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Guck mal, wie die angasen, ey. Ah, da war so ein Host-Nies-Gemisch, was der Gorix gerade gemacht hat. In der Tat. Und mit noch ein bisschen bin ich ja immer noch krank. Ja, der Gorix ist echt krank. Nee, also letzte Woche war echt schlimm zwischendurch. Du warst ja auch krank. Ja, vor allen Dingen wollte ich immer zur Uni gehen. Und das war überhaupt nicht gut. Wie folgt man den Schiffen gerne mal? Steuerung Schiff eher. Nein, das ist Starkreel. Das ist auch nicht richtig Steuerung Schiff F. Die Waffenruhe wurde beendet. Warum? Warum nicht? Da ist unsere Flotte. Dann wissen wir auch, warum ganz viele Schiffe nicht da waren. Du kannst gleich mal zwei von denen kannst du gleich wieder nach Hause schicken. Kampfdeck bereit machen. Also nach... Reine Winkler! Ben starts. Schick den mal direkt wieder zurück gleich. Erst ausladen, dann zurückschicken. Ja, dann darfst du vielleicht wieder das richtige Schiff suchen. Eins nach dem anderen. So. Und dann er hier noch. Ja. Okay. Haben wir. Können wir das ausstellen? Ja, wir haben von denen wieder Einfluss. Wie viel Feuerwerk haben die hier? Das ist dauerer Feuerwerk. Admiral! Admiral! Oh Gott! Ich kenn mich nicht. Der Flüchtling. Ja sicher. Der Flüchtling. Die örtlichen Möhrer, die suchen nach dem Flüchtling, den sie aufgenommen haben. Ein entlugend gekleideter Mann bietet ihn an einem Hafen seine Dienste an. Und sagt, er würde alles erledigen, was anfällt. Im Gegenzug bittet er um Verpflegung und die Chance, in ihrer Mannschaft aufgenommen zu werden. Anders als bei anderen vorübergehenden Aushilfen, schließen ihre Seeleute ihn bald ins Herz. Denn er hilft überall aus, wo etwas zu tun ist. Versteht schnell die Stimmung auf dem Schiff und mischt bei Debatten über den weiteren Kurs der Expedition mit. Seine Fähigkeiten zeugen von Erfahrung, die wie eines einfachen Seemanns weit übersteigen. Doch ihre Mannschaft respektiert seine Verschwiegenheiten. Als ihr Schiff den Hafen verlässt, ist von einem patrouillierenden Kriegsschiff angehalten. Sie suchen nach einem Regie-Kritiker. Regie. Und die Beschreibung passt genau auf ihren neuen Regie. Wir haben ihn noch nie gesehen. Ja, Bier, ne? Sie haben uns nicht gesehen, ist gut. Entweder bezahlen oder Bier. Bier. Ich will immer Bier. 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 Der Täuschungsversuch ihrer Mannschaft ist viel zu leicht zu durchschauen. Die Leutnants argumentieren, dass sie gerade erst in den Hafen eingelaufen seien und daher noch gar keinen Kontakt mit den Einwohnern gehabt haben können. Doch die Besatzung des Kriegsschiffes scheint so beobachtet zu haben, wie ihr Schiff am Hafen vor Anker lag. Da sie nun misstrauisch geworden sind, will sie über die Laufplanke auf ihr Schiff kommen, um es zu durchsuchen. Das musst du entscheiden, ist ja deine Folge. Kann ich nämlich sagen. Kanon gespeichert. Nur eine leere Drohung. Ihr Gehör über den Reiseverlauf war sogar noch glaubwürdiger als die Behauptung. Ihr Schiff könne im Gefecht eine Bedrohung darstellen. Als der Kapitän der Patrouille sieht, wie ihre Mannschaft ungeübt die Kanonen lädt, befiehlt er seinen Männern, sich für das Entern ihres Schiffes bereit zu machen. Ihre Mannschaft kommt ihm sehr verdächtig vor. Sie an Deck kommen? Was ist das für ein Satz? Sie an Deck kommen und den Mannschaften... Hä? Die haben etwas oder jemanden, um das Problem perfekt zu lösen. Ja, aber dann verlieren wir den Typen. Der ist bestimmt voll geil. Nicht geentert werden, sondern entern. Der Angriff ist unerwartet und niederträchtig. Ein qualvoller Moment lang kann sich niemand durchsetzen. Doch dann gewinnt ihre Mannschaft die Oberhand und metzelt die Besatzung des Kriegsschiffes nieder. Ihr Schiff fliegt aus dem Hafen und die Seeleute setzen den Flüchtlingen auf der nächsten sicheren Insel ab. Nun haben sie sich die Behörden zum Feind gemacht. Und das für einen einzigen guten Mann. Okay. Das lief doch besser als erwartet, also... Easy. Kannst du gleich nochmal die Schiffe zurückschicken? Wir machen das feste aus unserem Leben. Ja, das ist so. Äh, alle? Der war da... Zwei oder so. Ja, dann geht hier Korallenkalle und Rainer Winkler. Das ist der falsche Knopf. Sie auf Bratulie, Saar, was hast du denn gesagt? Bratulie jetzt hin und her. Wohin? Alte, neue? Ja, ja, logischerweise. Ja, ich möchte, dass das Korallenkalle... Ingenieure, und da kannst du mal gucken, ob wir noch mehr... Guck mal, wir brauchen Bauern. Oh Gott! Weil auch irgendwie wieder schon da oben sterben schon wieder alle. Oben. Oder mal so Lehmwege hinten. Und mobilisieren, du kannst mobilisieren. Und bau da trotzdem mal so Steinwege. Ja, die sind, glaube ich, auch schon mal gestorben. Bezoldet! Wie Herbert Grün mal sagen würde. Ja, reicht. Boss, sonst kannst du gleich nichts mehr aufsteigen lassen. Ja, ha! Apropos, lass mal was aufsteigen. Wir brauchen Ingenieure, die bringen nämlich Geld. Warum ist da ein Bauer? Warum ist hier eigentlich ein Bauer dazwischen? Und der will nicht! Ja. Ich bin in diesem Loch, bin ich geboren! In diesem Loch werde ich auch sterben! Oma Ulla, die ihr Haus nicht verkaufen will. Ja, lass doch jetzt nochmal 80 aufsteigen. Bist du halt immer so geizig mit dem Aufsteigen lassen. Sie haben ein neues Zwischen. Ho, 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 ho! Das wird schön, wenn wir hier auf... Du hast doch alles, was man im Leben braucht. Du hast doch alles, was man im Leben braucht. Oh, der Flüchtling ist zurück. Allemann auf Gefechtsstation. Calico's Halsabschneider entern, ein Handelsschiff. Eine wehrlose Handelsbrick. Alles klar. Mit von abscheulichen Piraten geplündert. Der Kapitän der Brick hat viele Freunde in ihrer Mannschaft, die bereit sind, für seine Rettung ihr Leben zu geben. Die Piraten unterstehen Calico, Calico, Roberts... Robert? Robert! Dem letzten grausamen Piraten. Doch es dämmernd und sie haben ihr Schiff nicht bemerkt. Alter! 110%! Ich würde sagen, das ist nicht das, was wir nehmen sollten. Also, ich finde, da sollten wir Moralverlust in Kauf nehmen. Nein, ich warte mal, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Gold! Der Erfolg stellt sich... Ganz viel Gold! Der Erfolg stellt sich schnell ein. Was? Der Erfolg stellt sich schnell ein. Salve auf Salve... Das ist die Unterüberschrift, sagt. Du musst erst danach wieder von neu anfangen. Das ist ein neuer Satz. Achso, der Erfolg stellt sich schnell ein. Salve auf Salve durchlächert den Rupf des Piratenschiffs und verwandelt ihn in einen Schweizer Käse. Die überraschten Piraten schwenken plötzlich die weiße Fahne und das Gefecht ist vorüber. Die Kaufleute sind dankbar für die Rettung ihrer Waren und zahlen deine angemessene Belohnung. Ich hätte gerade tatsächlich auf Abnehmen geklickt, weil ich gedacht hätte, dass es andersrum da steht. Ja, schmeiß... Ähm... Was brauchen wir denn nicht? Kanonen! Wir haben doch hier... Die brauchen wir. Ganze Kanonen sind nicht... Die sind doch wertvoller als Gold, oder? Weiß ich nicht. Ja, lassen wir so. Schmeiß mal der Gold. Das ist, was wir gerade mit 110% Chance gekriegt haben. Schmeiß es einfach weg. Wir nehmen der Gold von den Händlern an und schmeißen direkt neben ihn einfach ins Wasser. Genau. Ja, wohligen. Müssen wir leben? Damit nicht mehr leben. Wird nicht da der Unterschied? Das eine... äh... Stimmt, das ist... Völliger Schwachsinn. Ja, fortsetzen! Oh, wir machen... Ich glaube, ich habe das vernünftige Rechnung. Weil ich hier unsere Stadt vorantreiben, ne? Ja, vor allem müssen wir gleich mal gucken, dass wir die ersten Sachen erfüllen, wie Dampfmaschinen und Elektro-Graben. Ich fühle nichts als unbändige Freude. Aber dazu brauchen wir erstmal hier Lehm. Könnt ihr mal ein bisschen schneller hier Medizin mändern? Ich glaube, Ziegel... Ja, Nitz, haben wir hier nicht ein Ziegel vorkommen oder nur? Ich glaube, wir bauen keins ab. Doch, da... Doch da war eine... Ja, dann machen wir nochmal zwei, drei weitere. Hier ist noch eine zweite. Ja, dann machen wir nochmal eine dritte und eine vierte. Ja, eine dritte. Du kennst mich. Immer mehr Basen bauen. Nicht genügend Mineralien. Benötige mehr Holz. Ja, okay. Challenge accepted. Benötigen mehr Holz spielen wir aber auch bald, wenn das denn endlich mal sich entscheidet, zu erscheinen, ne? Wir benötigen Holz. Ich bin gespannt, was ich dann spielen will, überhaupt. Ich spiel unded. Ich spiel unded. Ich glaube, ich spiel die Zerg-Krasse da. Zerg-Krasse? Ja, die wird Creep. Das ist unded. Ja, dann ist das blöd jetzt, ob wir das nicht beide machen. Also, ich kann ja gar nichts in Warcraft 3. Ich kann auch was anderes spielen. Nicht gut, aber ich kann spielen. Also, wie gesagt, ich kann gar nichts in Warcraft 3. Aber das werden wir dann ja sehen. Macht ja nichts. Dann machen wir das. Man muss ja auch gemeinsam wachsen, als Mannschaft, ne? Ja. Haben wir einen Starkreft, kriegen wir einen Starkrefts ja auch. Sagt der Bayern-Fan unter Trainer Kovac. Der Krüppel. Man muss gemeinsam wachsen, Salvo. Er nicht! Er ist nicht gemeinsam. Er wird ausgeschlossen. Ja, jetzt sind sie bald fertig hier. So, langsam aber sicher. Da muss ich aber auch mal auf den Klo. Du hast aber noch 10 Minuten. Weißt du, was mir fehlt hier im Anno? Was mir auffällt hier im Kap? Abdings, wo sind die Flussbaublitze? Tja, hier gibt es ja glücklicherweise nicht mehr. Ja, die fehlen mir. Nein. Da gab es immer viel zu wenig von. Was ist das denn überhaupt für ein Kackfluss? Klimawandel, hier! Mach doch jetzt mal was, was bringt. Du liebst doch Öl anbauen. Warum hast du das eigentlich noch nicht gemacht? Weil sonst heißt es wieder... Ja, sonst heißt es, warum grüßt jetzt so eine komische Öl an? Das ist der Bluff des Königs. Oh, da gab es früher auch immer so Dinger... Ja, das stimmt. Das war cool. Da konnte man einen Weg hinbauen. Und sonst ist der andere Typ da. Unsere Inspektion will übrigens wieder was von uns. Echt jetzt? Jetzt noch mal. Eis! Der Eissturm. Gefangen im Schnee, als der... Ach so. Gefangen im Schnee, als der wütende Schneesturm sich regt, erkennt das Erkundungsteam, dass der vorausliegende Werkpass blockiert ist. Einige glauben, dass raue Terrain könnten bequert werden. Während andere... ...eine Abzweigung nicht weit zurückgesehen haben. Ja, der Dude. Dude, los. Mach was. Es ist kein großer Umweg. Es geht stetig voran und nach einiger Zeit kommt das wärmende Feuer eines Lagers in Sicht. Schneesturm ist eine Geschichte, die man auch seinen Enkeln erzählen kann. Vorausgesetzt, die Frostbeulen haben es nicht schon getan. Okay. Ist gut oder schlecht? Spielstand gespeichert. Das war das Ding, das komplett in die Hose ging. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber schon fast fertig ist, hoffe ich. Ja, möglich. Kann ich wieder aufsteigen lassen hier? Nein, dann kannst du gleich kein Ding ins Anbauern. Jetzt können wir nie im Leben Öl bauen. Ja, aber erstmal die Bevölkerung zufriedenstellen. Was ist das eigentlich hier für eine... Wir stellen sie eben nicht zufrieden, das ist das Problem. Das ist das. Eine Uni. Ach, das sieht aber auch so aus in der Uni mit so einer Sternenbarte. Erfolgser See ist Schmerz. Oh. Ja. Expedition kehrt zurück. Nach Wochen langen Irrungen und Wirrungen kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Sie haben einen Piratenschatz entdeckt, nachdem die gefürchteten Freibeuter versenkt werden konnten. Nach einer Durchsuchung des aufgrundliebenden Bracks verdiente Belohnung zutage gefördert. Du hast den Satz falsch gelesen und bist gesprungen in der Zeile. Ist aber egal. Waren ja fünf Zeilen, da kann das schon mal passieren. Feuerlöscher, ne, Flammenwerfen, Feuerlöscher. Bin ich gut? Karte eines Autosalts. Uh. Können wir in Cap Trilorny was finden? Schatztyp-Tiere, natürlich. Dinosaurier. Schienenreparatur-Cron. Jo, okay. Da ist es. Alles bereit? Ne, das Schiff, was da schon steht, das Löwenmulchen. Der hat ja gar nichts bei? Ja, ich glaube, die Sachen sind schon alle da eingekommen. Leider auf der Art, Löwe. Das heißt aber Umkehrschluss? Dann müssen wir das die anderen Sachen rauswerfen. Ein neuer Auftrag? Ne, nicht Ziegliarhol. Ach, Herr Rock. Was machen sie da? Halt! Stopp! Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Er ist der Richtige. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, wir müssen erst... Machen wir mal kurz mit der Schatzhunde. Aber die, die den Tippen mitnehmen, der muss auch noch ein Löwe-Kundgehalt-Zwei. Ja! Mhm. Ja, ist okay. Aber du musst trotzdem... Oder müssen wir hintauchen? Muss er natürlich jetzt so schnell am Ende machen, ne? Ja, ja. Ja, ich tauch da mal hin mit dem anderen Schiff. Das ist nicht das Schiff. Du musst erst mal riebe. Nein, nein, nein. Nein. Cap Trelawney! Ja, aber da musst du mit der Taucherglocke hin. Das kann das Schiff nicht. Die Taucherglocke ist ein Cap Trelawney. Ja, aber da musst du nicht das Schiff nach Cap Trelawney schicken. Ja, wollte ich gerade machen. Da hieß es nein. Ja, sollst du ja nicht. Lass es doch. Gut, dann mach ich es nicht. Geh nach Cap Trelawney, aber nicht mit diesem Schiff. Hier hast du ein Taucherglockenschiff. Ja? Und dann guckst du jetzt links da auf diese Mission bei Die Welt. Kade und Wind. Und siehst... Oh! Das ist die Insel, die wir bebaut haben. Glaube ich. Oder? Die mittlere ist das, oder? Können die da sein, ne? Der Teufel fordert seinen Tribut. Jetzt hat das Schiff erst dahin geschickt. Das macht mich noch krank. Flaschenpost! Schiffbrüche benötigen ihre Hilfe. Doch wo sind sie? Haieködern ist eine beliebte Beschäftigung für die Seeleute. Ihr letzter Fang war sogar noch unterhaltsamer als sonst. Im Bauch des Hais war eine Flasche, in der sich drei Stücke Papier befanden. Jedes in verschiedenen Sprachen mit derselben Nachricht beschriftet. Die Mannschaft entziffert die verwitterten Worte. Ein Hilfemuff und ein Breitengrad. Jo. Die Suche kann auf einen Bereich eingegänzt werden, den man absuchen kann. Aber nicht bloß. Es befinden sich viele Inseln auf dem angegebenen Breitengrad. Doch nur wenige davon liegen in der Nähe von befahrbaren Schiffsrouten. Indem die Navigatoren herleiten, welchen Kurs die Schiffsbrüchen genommen haben könnten, bleibt nur noch eine Handvoll infrage kommende Inseln übrig. Nach zwei Wochen erreicht das Schiff die Reihe von Inseln, die durch tödliche Korallenriffe miteinander verbunden sind. Das Schiff kommt nicht an den unter der Wasseroberfläche gelegten Wall vorbei. Die Navigatoren gibt ihr Bestes, doch trotzdem stößt das Schiff gegen das Korallenriff. Das Manöver ist ihr zu kompliziert und zu riskant. Typisch Frau. So ist die Mannschaft erzwungen, den paradiesischen Inseln den Rücken zu kehren. Sie wird nie erfahren, ob die Schiffsbrüchen wirklich gab, ob es die Schiffsbrüchen wirklich gab und ob sie tatsächlich hier gestrandet sind, weil die dumme Truller da wieder irgendwo gegenfährt. So, jetzt mach mal den Auftrag schnell. Das ist aber nicht die, oder? Doch, ich glaub schon, oder? Schick dir mal das Schiff hin. Nach unten. Ach, das könnte die schon hin. Nee, du hattest das Schiff schon ausgewählt. Ganz links. Ganz links. Jetzt schick das mal nach unten, da wo die X eingezeichnet war. Da hier so. Joa, dann machen wir mal schnell, weil eigentlich müssen wir jetzt aufhören. Ja. Man kann leider nicht mehr bescheißen. Nee, das haben sie geändert. Schade. So, jetzt warten wir auf das Schiff. Genau. Erzähl mal eine spannende Geschichte aus deinem Leben, solange. Habe ich schon alles erzählt, eigentlich? Ja, aber das haben bestimmt die Leute nicht gesehen, die das hier gucken. Nein, habe ich nicht. Und zwar. Was hältst du denn vom, ach so, ja. Gestern habe ich einen Anruf von meiner Oma gekriegt, ja? Oh. Normalerweise ruft meine Oma nie an. Ja? Und dann rufst du an, ja? Ich sage, ja, wo ist Oma, was ist los? Ja, ich höre ich die Formel 1. Ich sage, heute müsste Formel 1 sein. Dann sage ich, nee, heute ist keine Formel 1. Ach so, ja, dann tschüss. Oh, das war meine Konversation mit Oma. Ja, ist doch schön. Ist heute Formel 1? Nein? Okay. Düt, düt, düt. Was müssen wir jetzt hier machen? Ja, weiß ich nicht. Das ist vielleicht doch nicht die Insel. Tauchen sie, tauchen sie auf der Karte. Aber das sieht schon hier so aus, oder? Geh nochmal, warte mal, geh nochmal kurz raus. Da müsste es ja, hallo, ich kann nichts mehr klicken. Guck mal nach rechts. Oh, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mach nochmal die Karte bitte auf. Geh mal zu dem Ding da oben. Zu dem Ding da oben? Ja, mach mal das Ding weg, was du jetzt hast. Also das hier ist doch diese kleine Insel da drunter. Und dann geh mal zu der kleinen Insel, die links daneben ist quasi. Die andere. Nein, 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 halten! Ja, vielleicht. Sind wir da nix? Oh ne. Will er nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich noch schnell lösen. Oder ist es doch eine andere Insel? Also wenn die gedreht wäre, aber selbst dann... Genau, das würde, ähm... Ne, aber es sieht doch keine so aus, oder? Die könnte vielleicht... ...gedreht, aber alles... Wenn dir das Ding... Pass auf, wir haben unser Kontor da links oben. Das würde ja eigentlich mit dem Ding hier passen. Du meinst, das ist die Insel aber gedreht, oder was? Ne, ich guck gerade, wenn da ist ein Strand, da ist ein Strand, wenn man das Ding... Ne, jetzt hast du die Karte wieder weggemacht. Ja, wir müssen ja mal irgendwie vorankommen hier. Eigentlich müssen wir die Folge beenden. Machen wir jetzt auch. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben geht's, wenn ihr das Feuer klickt, und ihr habt's erst mal für mich. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Das war's für heute.